Ich habe das Gefühl, dass wir hier im Raid so eine Form von Demenz haben, wo wir vergessen immer wieder, was wir eigentlich machen können. Können wir das kurz aufnehmen und in 30 Tries wieder abspielen? Ist das nicht vergessen? Ach, das ist so. Das war einmal Gaming. Das war der Superclown gerade, what the fuck? Wenn einer redet und keiner lacht, hat um sie einen Wissen. Einfach jetzt First-Tree umhauen und dann Elisandre noch nachträglich kehren. Ist doch mild in den Nachdenbrust. Der Raid Ender bei Elisandre ist der Raid Ender bei Star-August dann. Der maximale Pulltime ist 40 Sekunden, oder? Ich kann das nächste Mal den Break-Timer auch einfach auf Null setzen und dann den Pull-Timer machen. Wann ist du es auch? Was ist denn einfacher da runterzählen? Da braucht es keiner. Ich hoffe noch, wenn man gerade irgendwie nicht anders klärt. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Böker Und warten, bis ich da war. Daraus so schnell zu bilden. Musik 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 Aufgepasst jetzt Brot kann spreaden Brot kann spreaden Brot kann Brot kann Brot kann Link Mark Dragon Ich geh noch in Muriel rein Mach bisschen starten, verteid euch dann aber trotzdem schauen mal, wir haben noch genügend Zeit bis zur Nova Musik Shrek Musik 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 Und ohne Musik wichtig Musik 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 So, ich bin jetzt anständig. Jetzt. Es spart Platz, baut keine Leute ein, das ist das Richtige. Aber ein Zeh. Aber jetzt dann. Mach keinen Scheiss. Eingang frei bauen, wenn's geht, Kirsten Reef? Ja, ich komme Ja, Reef! Alter, das war grad'n mega schlecht Egal, war da jetzt Wie lange stehen? Ja, ich hab grad gechillt Ich wär schon angekommen Wurde auch noch Zeit Next, Nova und 10 Sperrt keine Leute ein, bitte Kommen Kommen sie dir, Mafax BAM! Fast 2% hinten Masch Okay, Pufft So, Aure kommt gleich Eingang ist nicht safe Und geht aus Ad Dann lauze verteilen für Konjunktion So dass jetzt nicht komplette Leute hüttende Stacks aufbauen Kommt Weiter Cast Danach dann gucken wo das Ad spawnt Gib Gorgel bitte auf Ad spawnt Eingang ist safe Eingang ist safe Eingang ist safe Eingang ist safe Weiter durch zum Boss Alle bitte stacken, dass die Ad instant down gehen Das ist wirklich sehr wichtig Mein Feind geht zu dir ab Moved in den Bus In ungefähr 12 Sekunden, 13 Sekunden Spread mir auf mein Kommando Denkt da den Adcast Er verteilt euch los Adcastet auch gleich 5 Tankschen Eckert Markwolf David Katzauer Und achtet auf das Auge Eingang ist safe Eingang ist safe Und jetzt gespott Geht zum Boss Kopf wo das Rad Das Ad langrennt, dreht euch weg Nehmt dann die eingeteilten CDs Geht erst jetzt hier Gleiche rührende DC, da muss ich mit dem Titel Halt den Tank Nicht dass er zum Boss Alles gut, der hatte keinen ... Was ist das denn? Deine P muchos Auf einmal packen wir den einfach weg Woah, see?